Wie lebt der einst berühmte Mick Jagger heute? Sie werden nicht glauben, was sie gleich sehen werden. Mick Jagger, der die Rockmusik verändert hat, ist eine der ikonischsten und einflussreichsten Figuren in der Geschichte des Rock. Von seinen frühen Tagen bei den Rolling Stones bis zu seinem aktuellen Status als weltweiter Superstar, war Jagger über 50 Jahre lang ein Star. Aber jetzt, mit 80 Jahren, lebt er in Elend, Traurigkeit und ist bedauernswert. Was ist passiert? Nach all seinen Erfolgen hätte man erwarten können, dass er sich in seiner Villa zur Ruhe setzt, um die Welt zu bereisen und sich zu amüsieren. Aber im Gegenteil. Sein Leben scheint voller Bedauern und Skandale zu sein. Begleiten Sie uns, während wir das Achterbahnleben des einst ikonischen Rockstars entschlüsseln. Mick Jagger ist ein britischer Musiker, der vor allem als auffälliger Liedsänger der Rolling Stones bekannt ist, einer englischen Rockband, für die er die meisten Songs mitgeschrieben hat. Er hat auch mehrere Soloalben veröffentlicht. Neben seiner Arbeit als Musiker trat er auch in Filmen auf und gründete eine Filmproduktionsfirma. Jagger ist bekannt für seine einzigartige Stimme, seine frenetischen Tanzbewegungen, seine Bühnenshow während Live-Auftritten und sein kontroverses Gegenkultur-Image. Das renommierte amerikanische Musikmagazin Rolling Stone platzierte Jagger 2011 auf Platz 4 der besten Liedsänger aller Zeiten in seiner Liste der 10 besten Sänger. Eine bedeutende musikalische Figur in Jaggers Leben ist Keith Richards. Sein Schulfreund aus Kindertagen, der ebenfalls ein Interesse an Musik hatte. Später kollaborierten sie und produzierten viele Songs für die Rolling Stones. Die ersten Top 10 Hits der Band kamen 1964 und 1965 mit Time is on my side und The Last Time, die von Jagger und Richards geschrieben wurden. Der erste Nummer 1 Hit der Band, I Can't Get No Satisfaction, ein weiteres Original von Jagger und Richards, erreichte ebenfalls 1965 die Charts. Die Rolling Stones wurden auch für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt, bei denen Jagger durch seine ständige Bewegung, die Tanzen, Armfuchteln und Körperbewegungen mit übertriebenen Gesichtsausdrücken kombiniert, das Publikum begeisterte. Jagger und Richards arbeiteten während ihrer langen Zeit mit den Rolling Stones an zahlreichen Songs zusammen. Musikhistoriker und Fans verweisen oft auf die zwischen 1968 und 1972 veröffentlichten Alben Beggar's Banquet, 1968, Let It Bleed, 1969, Get Your Yaya's Out, 1910, Sticky Fingers, 1971 und das Doppelalbum Exil auf Main Street, 1962, als die kreativsten und beständigsten Werke der Band. In dieser Zeit nahm die Band eine Reihe der größten Rock-Songs der Musikgeschichte auf, darunter Brown Sugar, Honky Tonk Women, Street Fighting Man, Sister Morphine und Gimme Shelter. Diese Periode war auch von rechtlichen Schwierigkeiten der Band geprägt, einschließlich mehrfacher Festnahmen wegen illegalen Substanzbesitzes, dem Tod des Bandmitglieds Brian Jones und dem Umzug der Rolling Stones nach Frankreich als Steuerflüchtlinge, da ihr Erfolg sie in den britischen Steuerbereich von 90% brachte. Bevor wir weiter ins Detail gehen, werfen wir einen Blick auf Jaggers frühes Leben und wie er so erfolgreich in der Unterhaltungsindustrie wurde. Mick Jagger wurde am 26. Juli 1943 als Michael Philip Jagger in Dartford, Kent, England geboren, fünf Monate bevor sein späterer Partner Richards in derselben Stadt zur Welt kam. Jagger ist das älteste Kind von Basil Joe Jagger, einem Sportlehrer, und Eva Jagger, einer Hausfrau und Friseurin, die politisch aktiv in der konservativen Partei des Vereinigten Königreichs war. In seiner Jugend sang Jagger im Kirchenchor. Jagger war ein guter Schüler und bei seinen Klassenkameraden beliebt. Schon früh interessierte er sich für amerikanischen Blues und Rhythm & Blues und bekam mit 14 Jahren seine erste Gitarre. Als Teenager begann Jagger, Bluesplatten von Muddy Waters und Howlin' Wolf zu sammeln. Eine bemerkenswerte Tatsache über Jagger ist seine Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen, die er schon früh zeigte. Dies führte dazu, dass er und sein Freund Dick Taylor eine Band namens Little Boy Blue and the Blue Boys gründeten, bei der Jagger als Sänger auftrat. Jagger besuchte die Wentworth Primary School in Dartford, Kent, England. Hier traf er den britischen Musiker Keith Richards, der 1951 ebenfalls sein langjähriger Songwriting-Partner wurde. Jagger wechselte später zur Dartford Grammar School, als seine Eltern die Familie nach Wilmington in Kent verlegten, was dazu führte, dass Jagger den Kontakt zu Richards verlor. Jagger verließ die Grammar School mit sieben O-Levels und drei A-Levels und hatte ernsthaft erwogen, Journalist oder Politiker zu werden. Er ging später nach London, um die London School of Economics zu besuchen, was zeigt, dass Jagger auch akademisch begabt war. Jagger traf Richards 1961 wieder, nachdem sie sich zufällig an einem Bahnhof in Kent begegnet waren. Jagger, der die London School of Economics besuchte, fand eine gemeinsame Leidenschaft für amerikanischen Rock und Rhythm and Blues mit Richards, der die Sidcup Art College besuchte. Bis zum Herbst 1963 hatte Jagger die London School of Economics zugunsten einer vielversprechenden Musikkarriere verlassen. Er war leidenschaftlich an Musik interessiert und trat bereits mit seiner Band, den Rolling Stones, auf. Als Jagger beschloss, die London School of Economics zu verlassen, um sich auf seine Musikkarriere zu konzentrieren, war sein Vater enttäuscht und besorgt über die Zukunft seines Sohnes. Joe Jagger wollte, dass Mick seinen Abschluss macht und eine sichere Karriere sichert. Aber Mick war entschlossen, seiner Leidenschaft für die Musik zu folgen. Dies führte zu einem vorübergehenden Zwist zwischen Vater und Sohn, aber schließlich akzeptierte und unterstützte Joe Jagger Mick's Entscheidung. Obwohl er in seiner Kindheit dazu ermutigt wurde, den Beruf seines Vaters einzuschlagen, sagte Jagger, »Ich habe immer als Kind gesungen. Ich war einer dieser Kinder, die einfach gerne gesungen haben. Manche Kinder singen im Chor, andere zeigen sich gerne im Spiegel. Ich war im Kirchenchor und liebte es, Sänger im Radio, bei der BBC oder Radio Luxemburg oder im Fernsehen und in den Filmen zu hören. Joe Jagger wollte, dass Mick seinen Abschluss macht und eine sichere Karriere sichert. Aber Mick war entschlossen, seiner Leidenschaft für die Musik zu folgen. Dies führte zu einem vorübergehenden Zwist zwischen Vater und Sohn, aber schließlich akzeptierte und unterstützte Joe Jagger Mick's Entscheidung. Wird Jagger es später bereuen, die Schule verlassen zu haben, um seiner Musikkarriere nachzugehen? Oder wird er mit seiner musikalischen Karriere vollkommen zufrieden sein? Das werden wir bald herausfinden. Doch bevor wir das tun, werfen wir einen Blick auf Jaggers Erfolge mit den Rolling Stones über die Jahre, Die harte Arbeit und ständige Beharrlichkeit von Jagger und seinem ehemaligen Schulfreund Richards führten zur Gründung einer einzigartigen Musikband. Jagger, Keith Richards und Dick Taylor schlossen sich bald Brian Jones an, der seine eigene Gruppe gründen wollte. Der Pianist Ian Stewart war ebenfalls dabei. Bis 1963 hatte Charlie Watts die Band als Schlagzeuger ergänzt, Taylor war ersetzt worden durch den Bassisten Bill Wyman und die Rolling Stones waren geboren. Stewart blieb als Roadmanager bei der Band, spielte aber weiterhin mit und nahm Aufnahmen mit ihnen auf. Jedes Bandmitglied brachte seine Talente ein. Jagger als Liedsänger, Richards mit Gitarre und Gesang, Brian Jones als Multi-Instrumentalist, Charlie Watts am Schlagzeug und Bill Wyman am Bass. In den frühen Jahren der Band spielte sie und nahm Versionen älterer Blues-Songs auf. Unter der Leitung ihres Managers Andrew Luke Oldham wurden die Rolling Stones als wilde und raue Rocker vermarktet. Der Stil der Gruppe half ihnen, einen Vertrag bei Decker Records zu erhalten. Jagger, der damals 20 Jahre alt war, war eine Schlüsselkomponente für den wachsenden Erfolg der Band, da er das Publikum mit seinen Bühnenshows und seiner romantischen Ausstrahlung anzog. Zunächst nahm die Gruppe hauptsächlich Cover-Versionen von Songs anderer Künstler auf. Die Stones schafften es 1963 mit einer Cover-Version von Chuck Berry's Come On erstmals in die britischen Charts, bevor sie im folgenden Jahr ihren ersten Nummer-eins-Song mit den Cover-Versionen von It's All, It's All Over Now, ursprünglich von Bobby Womack und Little Red Rooster erstmals von Howlin' Wolf aufgenommen, landeten. Doch bald traten Richards und Jagger als kraftvolles Songwriting-Team hervor und verwendeten gelegentlich das Pseudonym Nanka Felge für einige ihrer frühen Werke. Die Rolling Stones veröffentlichten 1964 ihr selbstbetiteltes Debütalbum, das die britischen Albumcharts anführte, und tourten durch die Vereinigten Staaten. Im folgenden Jahr nahm die Band Fahrt auf, indem sie Nummer-eins-Songs und Alben auf beiden Seiten des Atlantiks erzielte. I Can't Get No Satisfaction, Get Off Of My Cloud und das Album Out Of Our Heads von 1965 waren echte Hits in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Zudem verwandelten britische Fans The Last Time und Rolling Stones' Number Two in Chart-Topping-Erfolge. Weitere Hits ließen nicht lange auf sich warten, darunter der Nummer-eins-Song Painted Black und das Album Aftermath von 1666. Die Single Jumpin' Jack Flash von 1968 erreichte den ersten Platz der britischen Charts, landete in den Top 5 in den USA und markierte den klaren Rock-Stil, der mit den Rolling Stones assoziiert wird. Die Band rundete das Jahrzehnt mit einem weiteren Nummer-eins-Song Honky Tonk Women und einem weiteren Chart-Stürmer-Album Let It Bleed ab. Insgesamt haben die Rolling Stones zehn Nummer-eins-Hits in Großbritannien und den USA erzielt. Jagger und Richards haben alle ihre Chart-Hits geschrieben, darunter The Last Time I Can't Get No Satisfaction Get Off Of My Cloud Painted Black Ruby Tuesday Jumpin' Jack Flash Honky Tonk Women Brown Sugar Angie und schließlich Miss You. In den 1770ern und frühen 1870ern hatten die Stones mehrere erfolgreiche Alben. Black & Blue 1976 das Grammy-nominierte Some Girls 1978 Emotional Rescue 1980 Tattoo You 1981 und Undercover 1983 wurden alle schnell zu Platin-Alben. Die Band hat insgesamt 19 Platin- oder mehrfach Platin-Alben veröffentlicht, ohne Live oder Kompilationen mitzuzählen. Das Privatleben von Jagger stand während des Aufstiegs der Band häufig in den Schlagzeilen. Er und seine Freundin, Sängerin Marianne Faithfull, gehörten zu den Personen, die bei einer Polizeirazzia in Keith Richards' Landsitz in England im Jahr 1967 festgenommen wurden. Während der Durchsuchung fanden die Polizisten Drogenutensilien und illegale Substanzen. Sowohl Jagger als auch Richards wurden wegen Drogenvergehen angeklagt und verurteilt, doch ihre Strafen wurden in der Berufung aufgehoben. Zwei Jahre später wurden Jagger und Faithfull erneut wegen Drogenbesitzes festgenommen, nachdem die Behörden Jaggers Londoner Wohnung durchsucht hatten. Das Jahr 1969 erwies sich als schwieriges Jahr für die Stones. Brian Jones verließ die Gruppe im Juni, nachdem zahlreiche Drogenfestnahmen ihn daran gehindert hatten, das Land für eine US-Tournee zu verlassen. Weniger als einen Monat später wurde er tot in seinem Pool aufgefunden. Laut dem Gerichtsbericht war Jones zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol, was als Tod durch Unglück eingestuft wurde. Als Reaktion auf Jones' frühen Tod veranstalteten die Stones am 5. Juli 1969, zwei Tage nach dem Tod ihres ehemaligen Bandkollegen, ein kostenloses Konzert im Hyde Park in London. Ursprünglich sollte das Konzert dazu dienen, ihren neuen Gitarristen, den 20-jährigen Mick Taylor, vorzustellen, doch die Band widmete es Jones. Vor Beginn des Konzerts las Jagger Auszüge aus Percy Shelley's »Adonai«, einem Gedicht über den Tod eines Freundes. Die Bühnenarbeiter ließen hunderte von weißen Schmetterlingen als Teil der Hommage frei, und die Stones spielten eines von Jones' Lieblingsliedern »I'm Yours and I'm Hers«. Mehrere Monate später traf die nächste Tragödie ein, als die Band ihr mit Spannung erwartetes Album »Let It Bleed« veröffentlichte. Im Dezember organisierten die Stones ein kostenloses Konzert auf der Altamont Speedway in Nordkalifornien zur Promotion des Albums. Während die Band »Under My Thumb« spielte, wurde ein junger Mann im Publikum von einem Mitglied der Hells Angels erstochen und getötet. Das tragische Ereignis wurde gefilmt und in der Dokumentation »Gimmie Shelter« von 1760 gezeigt. Die Rolling Stones machten von 1968 bis 1990 eine Pause. Jagger und die Stones erholten sich in den frühen 1760ern und genossen große Popularität mit erfolgreichen Alben wie »Sticky Fingers« und »Exile on Main Sane«. Selbst ein weiterer Line-Up-Wechsel 1975 konnte den Groove der Band nicht zerstören. Gitarrist Mick Taylor verließ die Gruppe und wurde durch Ronnie Wood ersetzt. Allerdings wurde das Verhältnis zwischen Jagger und Richards zunehmend angespannt. Auf der Suche nach der Unabhängigkeit einer Solokarriere wurde Jagger zu einem überheblichen Bandleader, besonders während Richards schwerer Sucht in den 70er Jahren. Auch nachdem Richards 1978 Heroin aufgegeben hatte, lockerte der Liedsänger seinen Griff nicht. Ihre Differenzen traten in einem öffentlichen Streit in den Mitte der 80er Jahre zutage. Erfolge. Danach brachen die Rolling Stones kurzzeitig auseinander, bevor sie sich 1988 wieder vereinigten. Ironischerweise brachte ihre nächste Phase noch mehr Erfolge. Die Rolling Stones wurden 1989 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und erhielten ihre ersten Grammy Awards. In diesem Jahr veröffentlichten sie »Steel Wheels«, ihr erfolgreichstes Album seit »Tattoo You« von 1881. Es wurde innerhalb von zwei Monaten mit Platin ausgezeichnet und erreichte die Top 5 der britischen und amerikanischen Albumcharts. Zur Promotion des Albums tourte die Band ausgiebig. Im Zuge ihres erneuten Erfolgs trat der langjährige Bassist Bill Wyman 1992 zurück. Daryl Jones übernahm im folgenden Jahr und ist bis heute Mitglied der Band. Das nächste Studioalbum der Stones, »Voodoo Lounge«, war noch erfolgreicher als das vorherige und wurde ihr erstes Album, das nach 14 Jahren die britischen Albumcharts anführte. »Voodoo Lounge« erhielt schließlich den Grammy Award für das beste Rock-Album. Und ihr Musikvideo zu »Love is Strong«, das von Filmemacher David Fincher gedreht wurde, gewann den Preis für das beste Musikvideo. Kurzform. Nach »Voodoo Lounge« veröffentlichten Jagger und die Stones 1997 das gut aufgenommene Album »Bridges to Babylon« und 2005 »A Bigger Bang«, das bis dahin ihr neuestes Originalwerk war. 2006 trat die Band beim Super Bowl 40 Halbzeit-Shoff auf und bewies, dass sie auch in ihren 60ern noch provokante Performer waren. Jagger wurde bei zwei der drei Lieder, die er sang, zensiert, einschließlich. »I can't get no satisfaction«, da das TV-Broadcast zwei Wörter mit romantischen Konnotationen verstummen ließ. Obwohl die Band von dem Plan wusste, sagte ein Vertreter später, »Die Rolling Stones« hielten die Zensur ihrer Lieder durch die NFL ABC für absolut lächerlich und völlig unnötig. Die Stones schrieben am 25. März 2016 Geschichte, als sie ein kostenloses Konzert für 500.000 Menschen in Havanna gaben, wo ihre Musik zuvor von Kubas kommunistischem Regime als subversiv verboten worden war. Das Konzert folgte einem historischen Besuch von Präsident Barack Obama nur wenige Tage zuvor, der Teil eines Versuchs war, die Beziehungen der USA zu Kuba zu normalisieren. »Wir haben während unserer langen Karriere in vielen besonderen Orten gespielt, aber dieses Konzert in Havanna wird ein Meilenstein für uns sein und »hoffen wir auch für all unsere Freunde in Kuba«, sagte die Band in einer Erklärung. Das Konzert in der Ciudad Deportiva in Havanna war das erste Konzert der Band in Kuba und Teil ihrer Südamerika-Tournee 2016. Im selben Jahr veröffentlichten die Stones das Album »Blue and Lonesome«, das ausschließlich aus Blues-Covern bestand. Es erinnerte an ihre frühesten musikalischen Einflüsse und gewann 2018 den Grammy Award für das beste traditionelle Blues-Album, was den dritten Grammy der Rolling Stones markierte. Inzwischen fesselten Jagger und seine Bandkollegen weiterhin Fans mit ihren Live-Auftritten. Allerdings mussten sie eine für April 2019 geplante Nordamerika-Tournee verschieben, um Jagger von einer Herzoperation genesen zu lassen. Im September 2023 kündigten Jagger und die Stones die Veröffentlichung von »Hackney Diamonds« an, dem ersten Album mit Originalmaterial seit »A Bigger Bang« vor 18 Jahren. Es markierte auch das erste Album seit dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts im Jahr 2021, den Steve Jordan ersetzt hat. »Hackney Diamonds«, das im Oktober 2023 erschien, ist nach einem britischen Slang-Begriff für Glasscherben benannt, die nach einem Einbruch zurückbleiben. Das 19-Tracks umfassende Album featuret verschiedene Superstars wie Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder und Lady Gaga und es markierte die Rückkehr des Bassisten Bill Wyman, der die Stones 1992 verlassen hatte. Jagger erklärte, dass die Band wollte, dass das Album eindeutig modern klingt. »Wir wollen nicht, dass es wie vor 40 Jahren klingt, und das tut es natürlich nicht. Es klingt wie jetzt, die Klarheit. Wissen Sie? Und die Treue. Und wenn Sie es sich anhören und mit einer alten Rolling Stones-Platte vergleichen, ist es sehr anders«, sagte er dem Podcast-Moderator Tom Power. Die Fans mochten es und das Album erreichte Platz 1 in den britischen Charts und Platz 3 in den USA. Die Stones wurden damit die einzige Band, die in jedem Jahrzehnt seit den 60er Jahren ein Top-10-Album in den Billboard 200 hatte. Die Band kündigte auch eine Nordamerika-Tournee mit 19 Terminen für 2024 an, die am 28. April in Houston beginnt und Ende Juni in Kalifornien endet. Jagger verfolgte anschließend eine Solo-Karriere. Wie erfolgreich war er auf diesem neuen Weg? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Der große Erfolg von Jagger mit den Rolling Stones hielt ihn nicht davon ab, eigene Projekte zu verfolgen. Mitte der 80er Jahre konzentrierte sich Jagger auf eine Solo-Karriere, die gemischte Ergebnisse brachte. Während sein erstes Solo-Album »She's the Boss« aus dem Jahr 1985 sich gut verkaufte und Platin-Status erreichte, fand sein zweites Album »Primitive Cool« kein großes Interesse bei den Käufern. Ein weiteres Solo-Album »Wandering Spirit« aus dem Jahr 1993 wurde nur mäßig begeistert aufgenommen. Im Jahr 2001 versuchte Jagger erneut, sich als Solo-Künstler zu etablieren, diesmal mit »Goddess in the Doorway«. Sein erfolgreichstes Solo-Werk bleibt jedoch das Duett »Dancing in the Street« aus dem Jahr 1985 mit David Bowie. Es erreichte Platz 1 in Großbritannien und Platz 7 in den USA. Wir werden gleich erfahren, was Jagger traurig macht. Bleiben Sie dran! Es ist schwer vorstellbar, dass Mick Jagger, der Frontmann der Rolling Stones, keine Reue empfindet. Laut »Celebrity Net Worth« ist er ein Multimillionär mit einem geschätzten Vermögen von rund 500 Millionen Dollar im November 2023. Lange nach der Blütezeit der Rolling Stones hat die Band weiterhin durch Ticketverkäufe Geld verdient. 2021 erzielten Jagger und seine Bandkollegen 115,5 Millionen Dollar mit ihrer 14 Shows umfassenden »No-Filter-US-Tour« und waren damit die umsatzstärkste Tournee-Act des Jahres. Das bekräftigt, dass Jagger eine der weltweit erfolgreichsten und bekanntesten Rockbands aller Zeiten angeführt hat und eine intensiv erfolgreiche Musikkarriere über sechs Jahrzehnte genossen hat. Jagger sagt, »Die Vergangenheit ist ein großartiger Ort und ich möchte sie nicht auslöschen oder bereuen, aber ich möchte auch nicht ihr Gefangener sein.« Als archetypischer Rockstar ist Jagger weit von der Normalität entfernt. Dennoch hat der Sänger einige Bedauern, insbesondere hinsichtlich seiner Karrierewahl. Jagger sagte einmal, dass er nie aufhören wollte, auf der Bühne zu stehen, aber eines Tages werden die Tourneen enden. Jagger äußerte Bedauern darüber, keine akademische Karriere eingeschlagen zu haben. Trotz seines Status als Rocklegende sprach Jagger über sein Interesse an der Wissenschaft und darüber, wie er einen anderen Weg in Betracht zog, bevor die Rolling Stones erfolgreich wurden. In einem Clip aus einem BBC-Interview, das morgen ausgestrahlt wird, sagt Rock-Ikone Mick Jagger, dass er zwar zufrieden mit seiner Karriere ist, es aber auch andere Dinge gibt, die er gerne ausprobiert hätte, darunter das Unterrichten. Ein Lehrer zu sein, wäre sicherlich sehr erfüllend gewesen, sagte er dem Interviewer John Humphreys und reflektierte seine Fähigkeit, komplexe Ideen zu vermitteln. Er erklärte, dass es als Rocksänger etwas intellektuell weniger anspruchsvoll sei. In einem Interview aus dem Jahr 1970 enthüllte Jagger seine Liebe zur Archäologie und sagte, er hätte gerne als Archäologie-Professor gearbeitet, was seine Faszination für alte Geschichte zeigt. Auch in einem Interview von 2012 erwähnte Jagger sein großes Interesse an Wirtschaft und Politik, als er über seine Zeit an der London School of Economics sprach. Es wird spekuliert, dass sein Vater recht hatte, als er wollte, dass Jagger einen akademischen Karriereweg einschlägt. Mick Jaggers Sexualität bleibt eine Frage der Spekulation und persönlichen Privatsphäre. Die Sexualität von Mick Jagger war über die Jahre Gegenstand vieler Spekulationen und Debatten. Obwohl Jagger seine Bisexualität nie öffentlich bestätigt hat, gab es zahlreiche Hinweise und Andeutungen während seiner Karriere, dass er Beziehungen zu Männern und Frauen hatte. In den 60er und 70er Jahren war Jagger für sein androgynes Aussehen und seine energetische Bühnenpräsenz bekannt, die Markenzeichen seines Stils waren und zu Gerüchten über seine Sexualität führten. Er verwischte oft die Grenzen zwischen traditioneller Männlichkeit und Weiblichkeit durch seine Modewahl und Bühnenpräsenz. Wichtige Aspekte seines androgynen Aussehens umfassen sein Haar und Make-up. Jagger trug oft seine Haare lang und in einer für die Zeit als feminin geltenden Weise. Er experimentierte auch mit Make-up, darunter Eyeliner, Mascara und Lippenstift. Auch seine Kleidung. Jagger trug häufig enge Kleidung wie Samtanzüge, Rüschenhemden und hohe Stiefel, die von einigen als feminin angesehen wurden. Ein weiterer Punkt ist seine Haltung und Bewegung. Jaggers Bühnenpräsenz zeichnete sich durch seine fließenden, geschmeidigen Bewegungen aus, die oft als feminin-androgyn beschrieben wurden. Schließlich sind auch Jaggers Gesichtszüge erwähnenswert. Seine Gesichtsstruktur, vollen Lippen, hohen Wangenknochen und markanten Merkmale werden als androgyn beschrieben. Jaggers androgynes Erscheinungsbild war absichtlich und spiegelte sein Interesse wieder, traditionelle Geschlechterrollen zu erforschen und herauszufordern. Er hat in Interviews gesagt, dass ihn der androgynen Stil von Künstlern wie David Bowie und Lou Reed inspiriert hat. Jaggers androgynes Aussehen trug dazu bei, seinen Status als kulturelle Ikone und Sexsymbol zu festigen und beeinflusst weiterhin Mode und Popkultur bis heute. Er hat auch erwähnt, dass er viele homosexuelle Erfahrungen gemacht hat und dass es kein großes Ding sei. Zudem wurde Jagger mit mehreren Männern in Verbindung gebracht, darunter Designer Ossi Clark und Künstler Andy Warhol. Lassen Sie uns weitersehen, da wir uns gleich den Frauen in Mick Jaggers Leben widmen werden. Mick Jaggers ist für seinen Sexappeal auf der Bühne bekannt und hatte zahlreiche hochkarätige Beziehungen. Er wurde romantisch mit vielen Frauen in Verbindung gebracht, Darunter Chrissy Shrimpton, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg, Marsha Hunt, Pamela Desbar, Uschi Obermeier, Bebe Buell, Carly Simon, Margaret Trudeau, Mackenzie Phillips, Janice Dickinson, Carla Bruni, Sophie Dahl und Angelina Jolie. Jagger hatte zwei Ehen hinter sich. Derzeit ist er mit der ehemaligen Ballerina Melanie Hamrick liiert, die 43 Jahre jünger ist als der Musiker. Das Paar ist seit 2014 zusammen und hat einen gemeinsamen Sohn. Jaggers Ex-Frauen sind Bianca Jagger und Jerry Hall. Der Rocker begann etwa 1760 eine Beziehung mit dem Model und Schauspielerin Bianca, früher bekannt als Blanca Perez, Moreno de Machias. Sie waren von 1971 bis 1978 verheiratet, doch die Ehe war von Untreue auf beiden Seiten geprägt. Eine von Biancas sehr wenigen Affären war mit dem Schauspieler Ryan O'Neill, während Mick mehrere außereheliche Affären hatte. Seine letzte mit Hall war der Wendepunkt in seiner ersten Ehe. Mick und Hall, ein Model, waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, und hatten zwei ihrer vier Kinder, bevor sie 1990 heirateten. Letztendlich beendete Hall die Beziehung, nachdem sie entdeckte, dass Jagger eine Affäre mit dem Model Luciana Jimenez Morat hatte. Das Paar ließ sich am 19. Juli 1999 scheiden und erhielt eine Annullierung, da ihre Ehe nach englischem Recht nicht rechtsgültig war. Jagger war auch romantisch mit der Designerin Lorraine Scott verbunden, die 2006 eine Modekollektion gründete. Im März 2014 nahm sich Scott im Alter von 49 Jahren das Leben. Zum Zeitpunkt ihres Todes befand sich Jagger mit seiner Band auf Tournee in Australien. Kinder insgesamt hat Jagger acht Kinder mit fünf verschiedenen Frauen und ist Großvater von fünf Enkelkindern und Urgroßvater. Seine älteste Tochter, Carys Hunt Jagger, wurde im November 1950 von dem Rocker und der Schauspielerin Marsha Hunt geboren. Im Oktober 1971 begrüßten er und seine Frau, Bianca Jagger, ihre Tochter Jade Jagger. Mick und seine zweite Frau, Jerry Hall, haben vier Kinder. Nach anfänglichen Auseinandersetzungen über die Vaterschaft wurde bestätigt, dass Mick der Vater von Lukas Morat ist, der am 19. Mai 1999 geboren wurde. Jagger hatte eine Affäre mit Lukas Mutter, Luciana Gimenez Morat, während er noch mit Hal verheiratet war. Jaggers jüngstes Kind ist Devereaux Jagger. Im Juli 2016 wurde bekannt, dass der Musiker und seine Freundin Melanie Hamrick ein Kind erwarten. Jagger war 73 Jahre alt, als ihr Sohn im Dezember zur Welt kam. Alte Wege sterben nie. Wie das Sprichwort sagt, sterben alte Wege nie. Und die Rolling Stones sind hiervon nicht ausgenommen. Im Alter von 88 Jahren singt Jagger weiterhin mit Leidenschaft. Die Rolling Stones, die seit über einem halben Jahrhundert für ihren einzigartigen Musikstil bekannt sind, sind noch lange nicht bereit, von der Bühne abzutreten und setzen weiterhin die Herzen ihrer stets begeisterten Fans in Flammen. Die Rolling Stones waren Headliner des New Orleans Jazz & Heritage Festivals 2024, das am 2. Mai 2024 stattfand. Bei diesem Festival traten die Rolling Stones mit 18 Songs auf, darunter Start Me Up, Get Off Of My Cloud, Out Of Time, Angry, Let It Bleed, Time Is On My Side und I Can't Get No Satisfaction. Die Rolling Stones holten Gastkünstler auf die Bühne und wurden von lokalen Größen wie Dwayne Dobsey, Irma Thomas und Chanel Haynes begleitet. Die Rolling Stones sollten bereits 2019 und 2021 beim New Orleans Jazz Fest auftreten. Doch beide Auftritte wurden aufgrund von Mick Jaggers gesundheitlichen Problemen und der Covid-19-Pandemie abgesagt. Der Auftritt der Rolling Stones beim New Orleans Jazz Fest 2024 war Teil ihrer Hackney Diamonds Tour, ihrer ersten Nordamerika-Tournee seit fünf Jahren. Das Festival 2024 bot auch Auftritte anderer namhafter Künstler wie Chris Stapleton, Foo Fighters, The Killers und Neil Young & Crazy Horse. Trotz seines Erfolgs als Rockstar bedauert Mick Jagger immer noch, keine akademische Karriere eingeschlagen zu haben. Ist es zu spät für ihn im reifen Alter von 88 Jahren, neue Karrierewege zu beschreiten? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu teilen. Sie können auch abonnieren. Bevor Sie gehen, klicken Sie auf das Video auf Ihrem Bildschirm.